So, und damit willkommen zurück zu der nächsten Runde Minigulf. Gerade eben hatten wir Graslandschaft und ich zeige euch mal, was wir noch haben. Wir haben Winterland, die Minen haben wir noch, Graveyard ist das, was wir schon hatten und das Piratencove, Piratescove oder wie auch immer das heißt. Oder man baut sich selber eine Map, also das werden wir vielleicht auch mal machen, aber das muss ich jetzt mal selber probieren, wie das alles funktioniert. Vielleicht machen wir da auch mal ein Video dann draus, also wenn es nicht allzu schwer ist, versteht sich. So, Graslandschaft hatten wir, also nehmen wir am besten mal die Winterlandschaft. So, wir gehen natürlich wieder auf unsere 15, ja gut, die 2 Minuten können wir mal lassen, Klassik lassen wir auch, stellen uns auf bereit und starten das Game. So. Ja, 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 ja. Ja, Baby! Fängt mir das saugut an. Du willst mich wohl verarschen, wie soll ich ein dollendes kleines Ding reintreffen? Oh, ey, das ist ja wohl der Scherz des Jahrhunderts, oder? Oh, ja! Sauber! Genial! Ihr habt ja den Schlag gesehen. Wahnsinn, oder? Ich bin begeistert. Boah, Gott sei Dank habe ich nur so klein geschlagen, weil ich jetzt jetzt selber da hinten geht es runter. Dann machen wir das jetzt so. So. Jawohl, sehr gut und überlegt geschlagen. Und drinnen. Ja, sauber. So. Ach, du Scheiße. Das ist doch einmal was. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir fahren mal rechts vorbei. Och, leckt mich doch. Scheiß die Wand an. Bleib bloß im Spielfeld drin, du Sack. Oh, nein. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. So. Oh, mal ein bisschen Gewalt hier. Oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, meine Fresse, ey. Nein! Mal gucken, vielleicht können wir... Ach, leckt mich doch. Come on, ey. Bleibst du nicht. Bleib, bleib. Nein. Oh, was mache ich dann, ey? Gut. Woll so löchert. Bist du zu blöd zum Scheiße, oder? 13 schlägt. Nein. Ei, 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 ei. Komm. Oh, Manni. Oh, Manni. Come on, come on, come on, come on. Lauf, 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 lauf. Ja, 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 ja. Nein! Lauf doch drüber, du Schlampe. Gut, perfekte Schlag. Okay, äh, ich hatte schon bessere Lücher, also... Boah, der war gut! Hä? Muss ich nicht verarschen? Boah! Na ja, also den wollen wir ja wohl neintreffen hier, hä? Äh, links oder rechts? Oh, Madonna, ich mach mal vorsichtig. Wer weiß, was da alles auf mich zukommt? Gut, 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 gut. Ja! Oh, fuck! Gut, guter Schlag, guter Schlag, guter Schlag. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, ihr Männer. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst! Oh! Ups! Alter! Alter! Warum nicht gleich so? Ha! Hehehehe! Oh, oh! Oh! Okay, ich verstehe. Oh! Oh! Heilig's Blechle. Dann eben mit Gewalt. Hallo! Oh! Oh! Geronimo! Geronimo, wie warm! Scheiß die Wand an! Jetzt aber! Leckt mich am Arsch! Hä? Hä? Alter, das ist doch ein Schatz, oder? Oh, machen wir mal taktisch. Ach, da ist ein Sprungschanz. Warum seht das keiner? Okay, Jungs. Schau! Oh! Der war definitiv ein bisschen zu weit. Hehehehe! 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 Scheronimo! Oh, der war gut! Oh, komm! Oh, 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 oh! Nein! Oh, ich hab keine 15 Schläge gebraucht. Juhu! Ey, das ist ganz schön schwer. Leck mal den Arsch, ey! So, Loch elf! Gut. Wir gehen unter die Unterführung durch. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Also... Oh, der war gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Nein! Fack, ey! Scheiße! Was der auskriegt? Gut und überlegt gespinnen. Sehr schön. No, also, den werde ich doch jetzt wohl rein treffe. Sehr schön. Nobelboogie! Aha, okay. Ich zeige dich jetzt... Oh, was mache ich da? Wo muss ich dann hier? Verdammte Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Ich verkackere, oder was? Ah, ich verstehe schon. Oh, ihr Männer, ey. Ich wollte eigentlich, dass der noch dran vorbeigeht. Shit, ey. Komm, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Sauer. What the fuck? Wo ist mein... Hä? Ach, doch, ohne? Oh, komm, ey! Nein! 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 Ach, komm, ey! Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja, ja, nein! Nein! Bleib liegen! Oh, komm, ey! Saufwut! Ach, komm! Meine Herren, ey! Gott, gibt es ein schlechtes Ergebnis, ey! Oh, der war gut, der war sehr gut, der war ja bombenmäßig, du! Scheißegal, drauf auf die Sau! Scheißegal, drauf auf die Sau! Geil! Hammer! Je-ha! Ja, was ist denn das? Krieg 17-Z-Verarschen! Oh, war der gut, oh, war der gut! Oh, war der gut! Oh, war der gut! Oh, ja, okay, 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 alles klar! Hab's schon verstanden! So, jetzt soll ich mit Sprung, schauen Sie, da drüben rein! Oh! Ja, freilich, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder, ey! Oh, leckt die Welle am Arsch! Das ist doch zum Heulen, oder? Also, ich behaupte jetzt wohl, das wäre der erste Schlag, wo ich 15 Stück brauche. Unglaublich! Ja, come on! Oh! Ach, leckt mich doch! Scheiß die Wand an, ey! Oh, ja, ist in Ordnung! Ja, komm, geht raus! Ey, leckt die Welle am Arsch, ey! Trinkt nix, ne? Super! Letzte Chance! Ach, komm, ey, Jungs, ey, das ist wohl nicht euer Ernst, ey! Nein! 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 Einschlag, komm on! Ja, 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 nein! Viel zu weit! Ja! Ja! Nein! Hup, 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 bleibst du lige! Ja! Ja! Saubergeil! Oh Gott! Oh Gott! 102 Schläge! Oh, mein! Heiliges Blöckle! Also vergleichen wir mal! Erster war gut! War gut, war gut! Drüber! Gut, gut! Drüber, drüber! Mit zwei Schläge wohl in die, die sind nicht am 12 gebraucht! Ach, du heilige Scheiße, bin ich schlecht! Toll, ist nochmal sehen, ein 12 mit 2! Ne, was soll's, ey! Das Leben geht weiter, ich hoffe, es hat euch gefallen! Wenn nicht, ihr wisst Bescheid, macht einen Daumen nach oben oder schreibt es in die Kommentare rein, ich würde mich freuen! Okay, bis zum nächsten Mal, da sag ich tschöne, tschau mit Frau und grüßt mir die Hühner!